Hallo ihr Lieben, ich möchte euch heute dieses schöne Buch der Blätterdieb näher zeigen. Das Buch hat 32 dünne Seiten, kostet 14,90 Euro und wird für 4- bis 6-jährige empfohlen. Das Thema hier ist die Jahreszeit Herbst, wie ihr euch denken könnt. Es geht hier um ein Eichhörnchen, das sich wundert, wohin die Blätter verschwunden sind und den Dieb sucht. Doch es stellt sich heraus, dass es gar kein Dieb gibt. Das Eichhörnchen hier fragt erstmal ihren Freund den Vogel und dann auch noch die Maus oder den Specht, aber niemand hat ihre Blätter gesehen. Der Vogel rät dem aufgeregten Eichhörnchen, dass er sich etwas entspannen sollte, was wirklich witzig ist, zum Beispiel hier beim Yoga machen. Das finden die Kinder natürlich super klasse. Und ja, doch am nächsten Tag sind noch mehr Blätter weg und das Eichhörnchen wird langsam hysterisch und zeigt ihm der Vogel, dass es keinen Blätterdieb gibt, sondern der Wind die Blätter davon weht. Und ja, auch hier sind die Zeichnungen wirklich super gelungen und sehr amüsant. Hier wird zum Beispiel auch gesagt, er klaut den Leuten sogar ihre Mützen, was die Kinder auch ganz toll finden. Und ja, zum Schluss hat sogar meine große Elfjährige richtig gelacht, als das Eichhörnchen dann aufwacht und feststellt, dass das ganze Gras gestohlen wurde. Das ist richtig süß gemacht, muss ich sagen. Auf der letzten Seite wird den Kindern ein wenig erklärt, wieso die Blätter fallen und welche Bäume das eigentlich betrifft, was ebenfalls wirklich interessant ist. Und ja, wir fanden das Buch wirklich sehr, sehr schön, besonders die Illustrationen auch. Es war witzig und hatte eine einfache, aber interessante Geschichte über den Herbst. Für uns auf jeden Fall ein Buch, welches öfter aus dem Leserregal geholt wird. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen hoch, abonniert meinen Kanal und schaut auch sehr gerne meine weiteren Videos an. Macht's gut!